Mein Name ist Maria. Vor ein paar Jahren habe ich herausgefunden, dass mein Urgroßvater im KZ Neuengamme Blockführer und Rapportführer war. Seitdem arbeite ich dieses Erbe in verschiedenen Initiativen auf und probiere bewusst mediale Sichtbarkeit dafür zu schaffen. Hallo Maria. Hallo. Willi hat sich gefragt, wie hast du über die Tätigkeiten deines Urgroßvaters im KZ erfahren? Ja, ich habe über meine Eltern davon erfahren, denn meine Eltern haben vor ein paar Jahren Ahnenforschung betrieben, beziehungsweise meine Mutter. Die fand es sehr spannend herauszufinden, was ihre Familie gemacht hat und hat auch meinen Vater abends auf dem Sofa dazu aufgefordert, dasselbe doch auch zu tun. Und dann hat er einfach mal den Namen seines Großvaters bei Google eingegeben. Und es erschien ein langer Wikipedia-Artikel über die Taten seines Großvaters. Und meine Eltern haben dann angefangen, das aufzuarbeiten. Das ist jetzt ganz knapp formuliert. Und als sie das getan haben, haben sie mir davon auch erzählt. Schmadeldadel fragt sich, wie hat dich diese Erkenntnis verändert? Ich würde sagen, es hat mich in gewisser Weise politisiert. Früher waren auch für mich die Erzählungen des Nationalsozialismus graue Geschichtsbücher. Sie waren Dokumentationen, die mich erschreckt haben, aber nicht weiter berührt. Mit der Aufarbeitung der eigenen Geschichte und auch damit, dass ich immer mehr Empathie dafür empfinden konnte, weil es mich selbst berührt hat, konnte ich feststellen oder spüren, dass das nicht nur ein graues Geschichtsbuch ist, sondern dass das Taten sind, die tatsächlich passiert sind und dass diese Taten nicht so lange her sind. Also ich, für mich, habe beschlossen, eine gewisse Verantwortung zu erben. Verantwortung insofern, dass ich hier stehe, offen über meine Familiengeschichte berichte und damit dazu auffordere, auch heute noch Aufarbeitung zu betreiben. Meine Oma, also nochmal die Tochter von Wilhelm Dreimann, das ist der Name dieses Mannes, hat natürlich immer gesagt oder am Anfang auch abgestritten, dass er ein Mörder war. So ist sie erzogen worden von ihrer Mutter und das war tatsächlich auch ganz lange so in ihrem Bewusstsein. Und mein Vater hat dann gesagt, okay, wenn ich eines möchte, dann möchte ich, dass meine Mutter versteht, dass er ein Mörder war und ein Sadist war und ich möchte, dass sie das selber auch formulieren kann. Darüber gab es schon gewisserweise einen Konflikt oder sagen wir eher Aufklärungsbedarf, auch bei meiner Oma. Und irgendwann gab es einen Punkt, da hatte ich meine Oma am Telefon und da hat sie mir gegenüber gesagt, ich bin ihr einziges Enkelkind, dass sie sehr liebt und hat dann gesagt, Maria, du musst verstehen, ja vielleicht war er ein Mörder, aber er war auch mein Vater. Und das ist eine Aussage, mit der ich am Anfang nicht so viel anfangen konnte, die ich aber im Laufe der Zeit, im Laufe der Aufklärung immer mehr und mehr verstehe, dass ein Mensch, der so schlimme Verbrechen begeht, trotzdem auch ein weiteres sehr humanes Gesicht haben kann. Und gerade weil ich das verstanden habe, habe ich die Möglichkeit, damit kritisch umzugehen, weil ein Mörder oder so jemand Schreckliches das nicht auf der Stirn tätowiert hat. Sondern, ja, wir brauchen diesen Menschen keine Maske abnehmen, denn sie tragen keine. Sie sehen aus wie du und ich. Und genau das ist auch die Gefahr, die dahinter steckt. Da Domi fragt sich, hat er nicht eigentlich nur Befehle befolgt? Ich glaube, das kann ich ziemlich klar von ihm weisen oder wie auch immer. Denn ich habe im Archiv recherchiert in der Gedenkstätte in Neuengamme und da kam aus etlichen Briefen, die geschrieben worden sind und aus Zeugenaussagen schon ziemlich genau heraus, dass er eine sadistische Freude daran gehabt hat, diese Befehle auszuführen. Er wurde, glaube ich, nicht umsonst der Henker von Neuengamme genannt. Ich denke schon, dass es Menschen gibt, die da nur Befehle ausgeführt haben. Aber mein Urgroßvater hat nicht dazu gehört. Davon gehe ich aus. Plant Love fragt, was würdest du deinem Urgroßvater gerne fragen oder sagen? Tja, sagen würde ich ihm gar nichts. Ich würde ihn fragen wollen, wie er aus einem einfachen Polizisten aus Detmold ein Massenmörder werden konnte. Was hat ihn dazu bewegt? Weil ich kann nur vermuten, dass es daran lag, dass er schnell Karriere machen konnte mit immer größer werdender Brutalität, was einfach in diesem Zeitalter sehr gefragt war, so blöd es sich anhört. Das, vermute ich, hat ihn getriggert und er war wahrscheinlich in der Anlage relativ brutal und das hat ihn bald nach vorne gebracht. Ich würde ihn aber trotzdem gerne fragen, ob die Gedanken, die ich dazu habe, stimmen oder was vielleicht noch die Punkte waren. Denn wenn ich das noch besser verstehen könnte, könnte ich dafür sorgen, dass es in Zukunft vielleicht nicht mehr passiert. Janaka Born hat die Frage, glaubst du, so als könnte sich in deiner Familie eines Tages wiederholen? Es gibt eine Theorie, die besagt, dass sich so etwas weiter vererbt. Ich kann nur hoffen, dass dadurch, dass ich jetzt und hier sehr viel dafür tue, Aufklärung zu betreiben. Dass sich das auch festsetzt, zumindest in dem, wie ich mein Kind erziehen kann. Und wir eher eine Familie werden derer, die sehr feine Antennen dafür entwickelt, wenn solche Systeme wieder Fuß fassen und davor warnen, als dass wir wieder jene werden, die dieses System unterfüttern. Electric Legend 238 möchte wissen, hast du versucht, Kontakt mit den Nachfahren der Opfer aufzubauen? Was mir ganz wichtig ist, ist, dass ich ins Gespräch komme mit Menschen, die auch aus Täterfamilien kommen, mit Menschen, die auch aus Opferfamilien kommen. Und ja, ich habe schon an ganz spannenden Podiumsdiskussionen teilgenommen, wo Menschen saßen, die Nachfahren sind von Widerstandskämpfern. Und dann kam ich mit dazu. Und das war natürlich kein einfacher Weg, weil da saßen Menschen, die aus Familien kamen, die wahnsinnig viel Mut aufgebracht haben in ihrem Leben, anderen Menschen zu helfen und Widerstand gegen dieses furchtbare Regime zu leisten. Und dann kam ich Nachfahrerin eines Massenmörders und habe mich dahingestellt. Das war natürlich nicht ganz einfach, aber wahnsinnig wichtig. SandroDBY fragt sich, hast du selber Anfeindungen erlebt? Zum Glück nicht. Und darüber bin ich auch sehr dankbar. Und das auch, obwohl ich sehr bewusst in die Öffentlichkeit gehe, weil ich es wichtig finde, darüber zu sprechen. Weil 70 Prozent der Deutschen eigentlich Vorfahren haben, die Täter in der Familie haben, aber niemand sich hinstellt oder nur wenige sich hinstellen und sagen, ja, ich komme aus einer Täterfamilie. Es gibt viele Opfergeschichten und das auch völlig zu Recht. Denn nicht die Täter sollten in den Vordergrund gerückt werden, sondern die Opfer. Das finde ich völlig richtig. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass es gut und richtig ist, wenn Menschen, die einen Täter in der Familie haben, die Generationen weiter sind, dann irgendwann sagen, ja, das war so. Und aus den und den Gründen war das so. Und ich bin sehr dankbar, dass ich nicht dafür angefeindet werde, sondern dass man mich versteht und verstehen will und es eher gut findet, dass ich die öffentliche Aussprache suche. Habibi 3 fragt sich, wie wirst du deinem eigenen Kind davon berichten? Ja, das ist mit heute und kriegt also schon auf allererster Ebene mit, dass ich versuche, aufzuklären. Und ich habe damals schon gesagt, dass ich auf jeden Fall eine Rose in den Rosengarten, das angelegt worden ist für die Kinder, die umgebracht worden sind, pflanzen möchte, wenn mein Kind zur Welt kommt. Und ja, das steht ganz oben auf der Agenda und ich möchte natürlich möglichst offen damit umgehen, aber selbstverständlich auch erst in einem Alter, wo mein Kind das nachvollziehen kann oder verstehen kann. Es wird sehr viel getan dafür, das kann ich sagen, weil ich das mitbekomme auf vielen Ebenen, auch vor allem von diesen Gedenkstätten, was ich ganz toll finde. Da sind ganz viele Menschen, die sich sehr viel Mühe geben, etwas für die Erinnerungskultur zu tun. Was ich vermisse in allen Seminaren, in allen Diskussionen, an denen ich teilnehmen darf, sind die jungen Leute. Ich würde mir sehr wünschen, dass es nicht nur jene interessiert, die direkt davon betroffen sind oder betroffen waren, sondern dass es auch die interessiert, die in meinem Alter sind und jünger und vielleicht keinen direkten Kontakt haben zu solchen Nachfahren, sage ich mal, oder zu solchen Geschichten, dass sie trotzdem sagen, okay, ich interessiere mich dennoch dafür. Und ich glaube, da junge Formate zu finden, die das irgendwie vermitteln, das wäre echt noch große Aufgabe in der Bundesrepublik. Und vielen Dank, frag ein Klischee, dass ihr mir so eine Bühne bietet, weil ich weiß, dass ich hier genau an jene komme, die ich in den Seminaren sonst vermisse. Wenn ihr kein Video des Kanals mehr verpassen wollt, dann abonniert doch mal hier. Und wenn euch interessiert, was Philipp über seine Zeit als Rechtsextremist zu erzählen hat, dann klickt hier. Langвигatet. Und dann click hier. Ja. Vielen Dank.